Hallihallo! Wir sind mit unseren Fahrrädern von Ceraco Richtung Valencia gefahren und haben was entdeckt. Das zeigen wir euch nach dem Intro. Ja, bleib dran! Also wir sind, wie gerade eben schon gesagt, mit den Fahrrädern losgefahren und haben hier was entdeckt. Es tut sich hier was und zwar stehen wir in El Prosquil. Das ist gar nicht so weit weg von Ceraco. Mit den Fahrrädern sind wir bis in zehn Minuten hergefahren. Und ja, hier tut sich was und zwar tut sich hier wahrscheinlich ein Stellplatz auf, so wie das aussieht. Ziemlich sicher wäre das ein Stellplatz. Und der scheint auch ziemlich groß zu sein. Also am Ortsrand hier von El Prosquil. Und zwar hier ist das Tor. Wir gehen natürlich jetzt nicht rein. Aber wenn man das Gelände hier sieht, das ist ein Teil davon. Den anderen zeigen wir euch gleich. Da müssen wir aber damit die Fahrräder noch weiter vorfahren. Hier sind jetzt Container. Vielleicht wird es auch eine Rezeption. Keine Ahnung. Oder sind jetzt bloß zum Bauen hier. Jedenfalls hier etwa, wo es gezählt, 25 Plätze sind es jetzt etwa. Das vermute ich ja mal. Mit einer Einfahrt, man muss auch irgendwie ranfahren können, denke ich einmal, werden das um die 25 vielleicht eventuell auch 30 Stellplätze werden. Genau. Da vorne ist noch ein Bereich, den erkennt man noch nicht. Aber ich denke mal, das werden bestimmt auch Stellplätze oder Campingplätze werden. Und da wo das überdacht ist, da sind schon Spülbecken und alles. Also das wird wahrscheinlich so ein Waschbereich werden. Ja, da vorne fahren wir jetzt nochmal. Aber den schöneren Teil, den zeigen wir euch gleich. Weil da vorne ist nämlich auch noch ein Pool. Ja, von hier sehen wir das alles noch ein bisschen genauer. Hier vorne haben wir den Entsorgungsbereich. Vermutlich auch wäre das ein Versorgungsbereich, denke ich mal. Also wie wir Grauwasser kriegt man da weg. Und so wie ich sehe, ist da ein Anschluss für die Toiletten. Also für die Chemietoilette damit sorgen. Hier vorne, ein bisschen höher, da sind Waschbecken. Ja, das sind 4, 8, 12, 16, 20. Das kommt an die 30 hin. Da habe ich schon richtig geschätzt eben. Was hier vorne jetzt, was natürlich passiert. Weiß man nicht. Ist aber jetzt noch nicht mit Strom angelegt. Also hier vorne denke ich ja mal, der vorderen Bereich sind keine Stellplätze. Das wird alles da hinten abspielen. So, nach der Mauer da drüben, da drüben geht es weiter. Schauen wir mal weiter. Ja, gucken wir mal. So, wieder ein Stückchen weiter gefahren. Und hier sieht man den Pool. Die Palmen, herrlich, oder? Hammer, oder? Ja, hier sieht man den Pool. Und da drüben sind noch weitere Stellplätze. Ich schätze mal, das könnte eventuell hier vielleicht noch ein Restaurant werden, oder? Ja. Restaurant und Sanitärraum vielleicht. Kommt bestimmt hier auch rein. Das sind aber auch Container. Die sehen von der anderen Seite aus. Stimmt. Ja, wie Toiletten oder Duschen aus. Aber das kann man gleich noch mal gucken, wenn wir da fahren. Das stimmt. Das sieht wie Toiletten aus, die Container. Die sehen auch schon aus, als wenn sie so richtig fest angelegt sind. Das könnten Toiletten und Duschen werden. Das stimmt. Ich vermute einmal, das wird gar nicht mehr lange dauern, bis der Platz fertig ist. So, schauen wir uns das von vorne an, von der Vorderseite. Vielleicht ist da auch noch ein Tor, wo die Einfahrt ist. Aber die Straße ist schon ziemlich laut hier, ne? Ja, das stimmt. Die hört man ganz schön. Sollte man dann vielleicht tatsächlich schon Mauer stehen. Bisschen weiter weg von der Straße. Ja. Ja, hier wird fleißig gearbeitet. Hier wird bestimmt noch ein Abfassraum bestimmt werden. Irgendwas wird da. Ja. Ja, so wie es aussieht, ne? Ja. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal ums Eck. Ja, wieder ein Stückchen weiter rumgefahren. Also es wird ein großes Teil, ne? Das wird ein großer Campingplatz, ja. Da sind auch schon die weißen Striche eingezeichnet. Es ist ja noch orientiert. Und überall Wasser und Strom. Ja, hier stehen sie, glaube ich, längs. Oder? Wirklich? Kann man jetzt schwer abschätzen. Aber ich denke, das wird ganz ordentlich hier. Wenn das mal fertig ist. Und jetzt noch das Ding was auch gesehen. Wahrscheinlich, ja. Es ist auch vorflugs zu den Conteinen. Handlauf hingemacht und so weiter. Was wollte ich sagen? Und Treppen? Also es sieht tatsächlich noch Duschen oder Turnetten aus. Oder? Ja, ich denke, das wird auch so stehen bleiben, wie es jetzt ist. Das wird schon alles vorbereitet. Das ist alles schon fest. Ja, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Gucken wir mal einen kleinen Überblick verschaffen hier. Ja, vorne sind zwei Stück. Stellplätze. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, mindestens 20 Stück. Und auf der anderen Seite hatten wir ja eben 30 gezählt. Also werden es mit Sicherheit mindestens 50 Stellplätze werden hier für Wohnmobile. Wasseranschluss ist auch überall an den Säulen dabei. Genau. Strom und Wasser. Und wenn ich mir das so anschaue, dass wir es da alles mit Platten auslegen, könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein Restaurant oder Cafébereich irgendwas wird. Ja. Und wie gesagt, du bist ja gleich hier in der Stadt. Ja. Und in der Stadt haben wir jetzt schon gesehen, dass zwei Restaurants offen haben und noch ganz viele da sind. Also wenn die Hauptsaison hier anfängt, denke ich, wird die Stadt ordentlich belebt sein. Aber jetzt schauen wir uns den Strand an. Genau. Ja, und der Strand ist gar nicht weit weg. Hier vorne haben wir gleich den Stellplatz. Und da hinten, wo die Fahne weht, da ist schon der Strand. Also Luftlinie, schätze ich einmal, sind das bloß 200 Meter bis zum Strand, ne? Ja, das ist geil. Und da vorne am Kreisel, wo die Palmen sind, da ist der Sparmarkt. Genau. Hier ist noch ein kleines Restaurant. Bar, Cafeteria, Restaurante. Und da drüben ist dann gleich die Einkaufsmöglichkeit beim Spar. So, jetzt gehen wir aber runter zum Strand. Jetzt sind hiermit. Hier geht's weiter zum Jahr. Jetzt gibt's auch ein paar Worte. Ja. Ein bisschen. Ja. Ja. ein kilometer langer sandstrand herrlich ja wenn man auf dem campingplatz ist und vielleicht so ein bollerwagen dabei dass man seine strand sachen mitnehmen kann ist das bestimmt eine klasse geschichte dann kann man auch mal 300 meter weit weg stehen vom strand gibt ja so klappbare bollerwegen und dann hat man seine sachen die man halt braucht man einfach mit na du schrei hals schauspieler ja ein stück weg vom strand aber eigentlich gar nicht so weit wir sind von der stelle eben so ca 400 meter würde ich sagen sind wir jetzt weiter gefahren ja nach rechts und nach den hochhäusern hier gibt es hier vorne so eine art park for night campingplatz eigentlich nennen ja das ist ein schotterplatz einfach hier weiter nix natürlich kein campingplatz park for night parkplatz ja genau der ist da drüben da stehen jetzt auch etliche wohnmobile der nächste kommt hier vorne auch schon wieder an ich vermute einmal weil er kam gerade von da drüben da geht es nämlich zu einer entsorgungsstation und auch zu einem campingplatz weißt du noch wie der heißt nie weiß ich jetzt nicht wir blenden es ein wir blenden es ein wieder heißt ja und wenn man noch wasser braucht ist hier im kreisel neben den park for night parkplatz noch eine wassereinnahmestelle drüben ist ein ganz normaler schotterplatz und ist kostenlos so drüben ich denke für eine nacht wenn man mal was nicht kriegt oder so als notlösung würde ich sagen in meinem fall wäre es nicht ganz ehrlich fallen wir nicht überhaupt nicht jeder wie er will ja an dieser stelle sagen wir tschüss merkt euch den ort wenn ihr mal in der gegend seid und sucht vielleicht einen neuen stellplatz mit pool die wir gerade gesehen haben also wenn wir noch mal hierher kommen wenn wir uns den bestimmt anschauen vielleicht ist er ja tatsächlich richtig schön und eine alternative zu seraco falls das dort voll ist weil seraco ist gut besucht ist auch ein sehr schöner platz also wir sagen tschüss bleibt gesund oder werdet gesund ade bleibt schön also wir sagen tschüss Vielen Dank.